Moin Moinig allen Schnittchen! Herzlich Willkommen zu einer kleinen Stream Ankündigung am heutigen Donnerstag. Ich würde mich freuen, wenn ihr um 15 Uhr anfangt einzuschalten. Vielleicht habt ihr ja schon Zeit oder Schule aus oder berufsfrei oder was auch immer. Ich möchte nämlich erstmal eine Runde H1Z1 im Solo streamen. Vielleicht könnt ihr mich ja ein bisschen stream snipen oder sowas. Und ich sag mal so zwischen 16 und 17 Uhr kommen dann Sebastian, Christian und Dalu hinterher. Und dann werden wir vor HONNA streamen. Und ich will mittlerweile mit der Valkyrie zum Beispiel Prestige 1, ja. Okay, man kann natürlich schon höher sein, aber immerhin Prestige 1 und bin gespannt wie das dann so wird. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr noch dabei seid. Und ja, schaltet einfach ein. Heute ab 15 Uhr werden wir wie gesagt erst HNZ1 und dann vor HONNA streamen. www.twitch.tv Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Haut rein, bis dann. Tschüss! Wires Wires Du bist